Ich komme wegen der Stelle als Gärtner. Wir kennen uns, oder? Möglich wäre es, ja. Oh, verdammt! Der Kuchen! Auf unsere Erinnerungen. Dieses Kaffee, wenn du so willst, sind meine Wurzeln, ne? Das mit der Arbeit, das ist wie mit dem Tiger. Es gibt keine mehr. Was hältst du davon? Ist wirklich gut. Nur, dass man nicht wiedererkennt, was man eigentlich vor Augen hat. Ich würde dir gern was zeigen. Malerei. Das da, das kenne ich. Das war auf den 100 Fondscheinen. Morgen kriegst du einen Blumenkohl. Aber was für einen biologisch, ohne chemischen Mist, persönlicher Blumenkohl. Wissen Sie, was das Sie ist? Sie? Nein. Sie. Das ist japanisch, oder? Ein Sensen-Sie. Sie. Sense, die künstlerische Antivarheit? Wie ist die Nachbarin so? Wie ist die Nachbarin so? Hör zu, du nervst. Ist deine Frau eifersüchtig? Gibt keinen Grund. Nein, du hast nicht richtig verstanden. Ich will die Scheidung. Aber wieso? Ich habe ein, zwei Dummheiten gemacht. Es war nichts Ernsthaftes, ja? Besonders mit Modellen. Und du liebst sie immer noch? Ich glaube schon. Scheiß doch auf die ganze Malerei. Ich habe seit Stunden lang von der Leinwand zu sitzen, wie eine Kuh von der Lokomotive. Ihr versucht runter durchzuschwimmen. Dreh das Boot. Jetzt mach schon, du lahmarsch. Hey, hey, hey. Ich habe noch nie ein so schönes Gemüse zustande bekommen. Man könnte meinen, es gefällt Ihnen, dass Ihr Gärtner so nah bei Ihnen liegt. Wie würdest du heißen, wenn du die Wahl hättest? Gartenbauer. Ja, und ich? Pinselhuber. Morgen gibt's wieder keinen Regen. Und was ist das? Ich sagte morgen. Von heute Abend war nicht die Rede.